So Leute und Willkommen zu einer weiteren Aufnahme Session hier in Let's Play Tads of Berseria, nach wie vor noch im Alleingang, weil dieses verdammte Husten immer noch nicht verschwinden will, aber ich denke, das muss ich nicht mal als Erklärung liefern. Wenn ich es wieder streamen würde, dann würdet ihr das entweder auf Twitter merken oder sonst wo irgendwie. So, anyways, das erste Mal hatten wir uns hier mit Nebenmissionen befasst, weil wir wollten die unbedingt mal hinter uns gebracht haben, zumindest den größten Teil, weil wir haben ja immer noch das von Lifesit mit dem Omega-Lixier, aber wir kommen zur Zeit ja nicht nach Nordkant. Warum auch immer, weil wir haben ja Händler, wie es eigentlich im Brand gesetzt, aber das ist eine ganz, ganz, ganz alte, alte, alte Geschichte. So, anyways, wir sind ja wieder zurück hier in Logres, weil wir uns ja auf die Suche nach dem Furion dort machen wollten, um ihn halt dort auch von dem Erdenpulspunkt zu befreien. Nur unglücklicherweise wurde dieser Furion verlegt und ja, können eigentlich jetzt nur den Standort davon ausfindig machen, wenn wir eine Mission für Tabata erledigen. Das bedeutet wieder Informationsaustausch plus Gegenleistung oder Dienstleistung an sich. So, und unsere Aufgabe besteht jetzt darin, wieder einen Ort zu besuchen, wo wir natürlich am Anfang waren. Nicht Velvetsdorf, sondern das danach und zwar machen wir uns auf den Weg hier zu Titania, die Gefängnisinsel. Und, ähm, anscheinend, seitdem ja Velvetsdorf weg ist, ähm, scheinen sich da sehr viele Furions hier, ähm, wie sagt man das hier, ähm, freigemacht zu haben. Und die Exorziisten haben da auch anscheinend Schwierigkeiten. Ich glaube, es ist sogar inzwischen sogar allein gelassen worden. Und wie bereits gesagt, wir müssen einen mysteriösen Mann nach Titania bringen. Und meine Vermutung ist, dass das Eifert ist. Warum auch immer, weil wir hatten ja, ja, in der letzten Aufnahme ja gesehen, da war so eine Falke dann. Und jedes Mal, wenn ich so einen Falken da sehe, habe ich das Gefühl, hm, das könnte ein Pirat sein. So, aber ich habe jetzt hier genug Zeit verschwendet. Jetzt wird es Zeit, weiterzugehen. Und ich kann mich ja anscheinend nicht teleportieren. Das passiert, das bedeutet, irgendetwas passiert hier gleich. Und ich habe Angst davor. Glaube ich, oder? Irgendetwas müsste doch passieren. Ich kann nicht ohne Grundlogen das nicht einfach durch Teleport verlassen. Oh? Okay, okay, ich wollte gerade sagen, ich höre so Stimmen hier so, hö, was? Egal, raus hier. Raus hier. Oder? Ach doch, ich kann es um 6 und 1. Ach so, pff. Ja, habe ich jetzt schön gemacht. Aber natürlich wollen wir immer noch den angenehmen Fußweg hier machen. Und uns hier wieder mit einer Aufwärmrunde durch die Gegend schlagen. Besonders, weil ich letztens festste musste, das habe ich gerade noch vor der Aufnahme sogar bemerkt, dass wir bei den Artists anscheinend noch eine zweite Seite haben. Und die zweite Seite zeigt uns hier anscheinend auch noch, dass wir mit einer Tastkombination mit L, 1 und einer anderen Taste, wo normalerweise die Block-Taste ist, wo wir hier noch einen speziellen Angriff dazu machen. Das hatten wir beim letzten Mal, wo wir eines dieser Klasse 4 Inseln gemacht haben, sozusagen als Feature bekommen. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel hier bei dieser Neutake die Keberus-Welle, die normalerweise halt einen hinteren Sprung macht und eine Hitzewelle folgt. Das ist wie so eine Art Verteidigungsangriff. Mal ausgewählt und bin mal gespannt, wie das jetzt in Defensivmodus funktioniert. Nein. Ah, okay. Okay. So, aber mir ist gerade eingefallen, habe ich gerade versichert die Mystikers eingesetzt. Nee. Okay. So. Und ich musste gerade feststehen. Alter, warum bewege ich mich automatisch? Bist du Gaga-Hühnerhofer-G? Moment, hier ist einfach tief gelaufen, was ich nicht haben wollte. Äh, wir spielen hier nicht automatisch, wir spielen hier manuell. What the fuck? So, jetzt haben wir es hier wieder richtig. Okay. Sehr gut. Und ich habe mich schon gefragt, was wieder los ist. Auch bei Mero kann man auch wieder alles in die Hose laufen. So. Aber diese... Die liefst mich doch mal, das sind doch diese Buschaffen, ja. Oh Gott ey. Die Namen, dieser Name, da haut mich immer noch um. Seit der Klasse für Insel, konnte ich ja nichts anderes denken mehr, als in diesen hohlhirnlosen Namen. So, die XP sind nach wie vor akzeptabel, aber wir brauchen jetzt nicht wirklich einen neuen Level-Up, außer wir sind in einem neuen Gebiet. Und ich hoffe, dass Titan ja wenigstens vernünftige Gegner jetzt drin hat. Weil nicht... Ich habe jetzt wirklich keinen Bock, dass da so wieder diese Standard-Low-Gegner da sind, die wir beim ersten Mal begegnet sind. So. Was ich ja noch begrüßen würde, ist, wenn ich hier noch ein paar Cut-Szenen noch bei Gelegenheit einsammeln kann. Einfach nur, damit ich nicht komplett leer ausgehe oder die nächste Tour sogar über 220 oder so kostet. Das wäre dann schon ein bisschen belastend. Am Ende kostet es dann sowieso 230 und ich so... Äh, warum habe ich bloß nicht mehr gesammelt? So, aber für die nächste Kastro sind wir auf jeden Fall ready. Sesam, öffne dich! Okay. Dann, äh, segeln wir einfach halt nochmal ab, denke ich mal. Oder irgendetwas muss doch passieren. Ich meine, vielleicht sehen Sie hier gerade so eine... Uh, eine schöne Wann-LT-er habt ihr da. Wäre doch eine Schande, wenn dem etwas zustoßen würde. Oder so ähnlich, ich weiß es nicht. Egal. Wir sind jetzt da und bereit abzusegeln. Das ist doch so cool. Ich glaube, dass wir auch nicht auf der Pf感segeln, die wir sehren haben können. Wenn du ein bisschen geplant hast, dann kannst du dir die Pfanne aufklügel empfehlen. Ich kann auch mal ausprobieren. Ich habe noch etwas anderes kleines Programmiert. Und die Leute überlegen... Und die Leute, wie es... Was ist das? Ist das wirklich gut? Ah... Ah... Nein... Ich... was... was... Baw, hast du das jetzt gesehen? Ja. Ich habe es bereits verletzt, aber... Ich habe eine große Kraft aus dem Norden. Das ist ein Schiff, der die Kraft des Geist. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Was hat der Kano主 und der Altrius gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe keine Angst. Ich bin schnell, wenn ich hier weggeflogen bin. Ich habe diese Stimme erkannt. Vergesst meine Theorie über Ifrit. Ich habe das Gefühl, wir werden einen blinden Passagier bei uns haben. Und dieser Passagier könnte höchstwahrscheinlich ein kleiner Prinz sein, dessen Rede mir mal irgendwie mal zuhören mussten. Oh, das gibt sowas von Drachpügel hier. Drachgärg. Drachgärg. Drachgärg ist der erste Reich des Midgand. Drachgärg. Drachgärg. Ich habe es nicht so gut, was ich? Ich habe es nicht so gut, was ich? Wenn ich mich nicht so gut, dann kann ich mich nicht mehr sagen. Ich möchte mich nicht mehr wissen, was ich nicht mehr wissen. Aber... So, das ist... Das ist alles gut. Ich kann es auch einfach nutzen. Ich kann es nicht so gut. Ich kann es nicht so gut sein. Es ist ein sehr guter Mensch. Dieser König ist... Percival,殿下 ist穩. Ich habe mir viel geholfen, damit ich mir das Gefühl, mit dem man in Ordnung gibt es das Gute von mir und der Gute. Wenn ich diese Gute dann habe, so viele Leute sein, dass das Gute ist. Ich habe mir diese Gute aufgelenkt. Ich habe mir ebenso eine Art, die man sich am besten verwendet hat. Ich habe miches, was er. Was ist die Kugel? Die Möglichkeit, die Kugel zu verlassen werden? Das ist die Möglichkeit, zu verzehren. Wenn es dann, dass die König zu retten, wenn es die König zu retten, wenn es der König zu retten ist, dann wird es nicht mehr so sein. Na, es geht nicht. König, der König ist, ... es ist schon wieder zurückgekehrt. Es ist wieder zurückgekehrt. ... ... ... ... Alle Ziele sind ein Kranium. Das ist eine digitale Kranium. Es ist zweitlich rückwärts. Wegen der Taimah-Stelle. Ich werde die Kranium sehen. Ich kann es nicht glauben, dass wir wirklich wieder zurückgekehrt sind. Hier in Titania. Anyways, ich bin jetzt gerade auch sowieso ein bisschen überrascht. Ich meine, ist dieser Prinz nicht eigentlich, so wie ich das interpretiert habe, Arotorius' Sohn? Oder? Das war doch der Typ, der auch in der Rede, bevor Arotorius seine Rede gehalten hat. Er hat ja auch irgendwie da und hat irgendwie so einen Schwachsinn vor sich hingelabert. Das bedeutet, er muss irgendwie von dem Vorhang vom Arotorius gewusst haben und dachte sich gerade so, nee, das sehe ich nicht ein, nee, geh weg, geh jetzt einfach weg, geh einfach weg. So, aber, ähm, an sich gibt es hier sonst nichts abzuholen, alle Kartere stehen nur noch schön rum. Und das bedeutet für uns jetzt, warte, was hast du noch zu sagen, das war Teil des Plans. Was für ein Plan? Anyways, die gehen rein. Was für ein Plan ist, 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 oder? ...Kubi no noi kishi no 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 Uoah! Daimashi wo osotta no wa Gooma ka. Mata boudou ga okott ur no kae? Kurogane! Dailu! Omaetatis wa Moana to Oji wo mamore! Hjauki! Warte, stimmt. Deid, ich geb's ja immer noch. Okay, tut mir leid, aber Deid ist inzwischen für mich so ein Vergessener geraten. Kopfloser Ritter. Kurogane war auch hier? Nun, er ist kopflos. Aber er hatte eigentlich erst davor seinen Kopf... Okay, dem ist wahrscheinlich irgendjemand anderem mein. Okay. Aber ich bezweifle irgendwie, dass das noch die überlebenden Leute aus der letzten Revolte beim Ausbruch sind. Das wäre merkwürdig. Das wäre wirklich merkwürdig. Aber okay, lasst mal sehen, was ist passiert. Das wäre wirklich merkwürdig. Das wäre wirklich merkwürdig. Das war's für jemanden. Also dann, es wird Zeit, diese verfickte Festung nochmal durchzustürmen und vielleicht nochmal Punkte anzusehen, die wir uns beim ersten Mal nicht durchsehen konnten. Zum Beispiel diese Tür ist für mich sehr neu. Besiege den Kopflosen Ritter. Ja, komm! Kurogan! Äh, nein, 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 nein. Wrong Character, I'm sorry. Oh Gott, ey. Aber diesmal sind wir mit größerer Macht zurückgekehrt. Das bedeutet, es wird ein Klack sein, uns diese ganze Festung hier erobern zu können. Ob ich mich noch an jeden einzelnen Winkel dieser Festung erinnern kann, ist eine andere Geschichte. Oh Gott! Also so kommen wir nicht drauf. So, Gargoyles und das sind ja 50, 40er zusammengetan und... Wir werden ja sehen, was die aushalten. So, also dann. Die lasst sich aber auch wirklich einfach besiegen. Ich glaube, meine Angriffe bestehen schon wieder aus Erdangriffen, kann das sein? Die scheinen auf jeden Fall bei sehr vielen meiner Angriffe immun zu sehen. Immun zu sehen, genau, immun zu sein. Äh. Okay. Auf jeden Fall dieses hübsche Feeling und noch eine Seele, wenn es möglich wäre. Spiel. Danke. Also dann. Dann wird es Zeit, euch wieder alle aufzessen. Und dann werde ich wahrscheinlich noch bei der Überlegung sein, wieder Eisen zu spielen. Weil ich habe wieder voll Bock, mehr mit Eisen Sachen kaputt zu smashen, als mit Velvet ja alles kaputt zu essen. Wie kann man was kaputt essen, indem du es durchkaufst? Okay. Und wer fehlt noch? Du. So. Gut, dass du auch gerade hinter mir standst. Sind aber nur noch die zwei übrig. So. Wie viele XP's gibt ihr denn? Uh. Wir gehen hier langsam zu der 3000er Grenze. Perfekt. Da werde ich mich hier doch ordentlich bedienen. Und diese Katzen, die waren ja beim ersten Mal nicht dort, kann das sein? So, Gargolz. Ja, hier mit diesem kopflosen Hund-Wolf. Tiger-Kopf-Köpfe sind das, okay. Was auch immer Tiger-Köpfe sind. Oh Gott. Oh Gott. Was? Ich war sogar im Seelenbrecher-Modus. Kannst du glauben, dass es einen Angriff gibt, dass du sogar mächtiger gehst, als mein Seelenbrecher? Nein, ich muss hier weg. Oder, 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 Rokoro. Ich zerschneide es einfach alle auf einmal. Hätte sogar wirklich geschafft. Okay. Dann wird es die Zeit, mich alle aufzusetzen, bevor wieder hier irgendetwas passiert. Meine Güte. Ich habe es sogar inzwischen geschafft. Das Spiel teilweise zum Leggen zu bringen. Es könnte sogar irgendwie teilweise in dieser Gegend hinliegen. Ist auch ein bisschen zu eng hier. Okay. So, jetzt wieder ihr. Ich hoffe, dass wenigstens diese Tiger-Köpfe mehr als genügend XP's geben, als diese Gargoyles. Gargoyles. Ja, Gargoyles. Manchmal habe ich das Gefühl, ich liese die Namen immer noch falsch. Auch wenn ich das einmal richtig langsam durchgelesen habe. Und die XP's halt beträgt weniger. Okay. Dann sind die Gargoyles anscheinend mächtiger. Werde ich mir merken. Das bedeutet, hier haben wir jetzt nichts mehr zu suchen, weil es anscheinend der falsche Weg war. Weil von hier aus sind wir einmal runtergesprungen. Und wir können ja nicht dort, wo wir runtergesprungen sind, wieder hochspringen. Damit bricht mir sämtliche Gesetze der Physik. Außer meine Sardotodios und benutzt irgendwelche Hirten-Skills hier, um sich da hoch zu porten. Nun, okay, nicht porten. Sonst hätte ich mir das mit Zora ja auch ganz easy peasy hinkriegen können. Oh, und die Expedition ist wieder zurück. Sehr gut. So, wir haben Level 8 erreicht. Und, oh, empirische Tafel. Auf dieser im Norman Archipel entdeckte Tafel sind fünf Wattmein gezeichnet. Man glaubt, dass das Artefakt einst ein Tempel gehörte. Oh. Oh. Ich erkenne doch die ganzen Zeichen. Aber das soll... Ja, es ist auch das gleiche Prinzip hier mit den ganzen Impera hier. Okay, und eine Neufahrtigkeit. Er lernt zwar Schüler des Segels, Landenraten-Klasse, und Bücher um Soray. Was? Soray? Where the fuck are you? Das ist echt eine Anspielung gerade auf Soray. So, das bedeutet, da wir jetzt unser Schatz hier gefunden haben, können wir jetzt eigentlich zu dem Soma-Vulkan gehen. So, schätze, 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 schätze. Ich will das mir jetzt genau ansehen. Ah, auch die... Ja, ja. Oh, das sind die Wappen der Empörer. Du erkennst sie, Magie, du? Natürlich, ich bin schließlich ich. Das ist keine gute Erklärung. Und jetzt bin ich so nett und erkläre sie euch. Also, seid dankbar. Unten links ist das Wappen von Musif. Empörer des Feuers. Musif. Ja, doch, der Name sagt mir was. Das habe ich schon mal gehört, ja. Ähm. Gefolgt vom Aminoch, Empörerin des Wassers. Dann folgt Hayanoa für den Wind. Und oben links ist Oemarsia für die Erde. Aber da fehlt noch was, oder? Ach so, es geht hier noch weiter. Pff. Das sind die vier elementaren Empörer. Und das letzte Wappen steht für Inomina. Den fünften richtig. Du hast gut aufgepasst. Äh, okay. Äh, diese Tafel wurde in den äußeren Meeren gefunden. Das bedeutet, dass die Macht der Empörer über Midganti hinausreicht. Tja, vielleicht ist es besser, nicht weiter darüber nachzudenken, mit wem du dich anlegst. Äh, unwissend kann auch ein Segen sein, oder? Mich kümmert es nicht, äh, was meine Feinde sind. Mich, ich, äh, ich werde nicht eher ruhen, bis ich sie alle besiegt, bis sie alle besiegt sind. Hm. Moment, heißt das hier haben wir... Oh. Oh nein, dann gab es also zu jedem einzelnen Punkt hier... Äh, jetzt habe ich aber auch gerade keinen Bock, das alles vorzulesen. Außer ihr besteht irgendwann in Zukunft darauf, dass ich es doch tue. Dann mache ich das. Ich wusste nur nicht, dass es eine zweite Seite gab. Ich habe nie auf die Zeitenzahl da oben rechts geachtet. So. Aber, ja. Ähm, ich würde gerne mal euch zusammentun. So, Flammhexe. Okay. Aber diese Hexen, so wie wir sie inzwischen kennengelernt haben, sind jetzt nicht wirklich eine große Belastung. Die kann man eigentlich sogar easy verbrennen. Sollte ich doch eigentlich die Sengne Schneider einsetzen. Ach, aber scheinbar hat das auch nicht viel gewirkt hier. Aber ich weiß, dass sie sowieso alleine gar keine... Hier auch nicht so viel XP's geben. Wetten? What the fuck? Okay, das ist niedlich. Das ist niedlich. Ach, kommt schon. Ihr solltet euch trotzdem bedanken. Ne, ich meine, ihr werdet nicht jeden Tag von Live-Set, ähm, hier schön gelobt. So, hier stand aber auch sogar eine Neemission. So, Tuddles! Ich weiß gar nicht. Ach, hat das ja? Oh, mein Gott, ein Dank. Ich weiß gar nicht. Alter, das ist egal. Ich weiß gar nicht. Gleich habe ich mich verabeln, aber... ich wollte nur an also-Shh szkol. Was ich glaube ich? Das ist für 20-DASU-Lo-Ker-Lo-Ker-Ker-Ker-Ker-Ker-Ker-Ker-Ker-Ker-Ker-Ker-Ker-Ker-Ker-Ker-Ker. Aber ja, ich will dich ausrauben. Halunken und Adlige, die zusammenarbeiten. Diese Welt macht mir Angst. Ganz im Ernst. Dieses Z ist so richtig lustig. Das ist sozusagen ihr Akzent, wie sie kommunizieren. Oh Gott, dann schauen wir mal nach, was er so alles zu verkaufen hat. Nein? Nein? Ja, das ist alles. Oder? Nein. Kann hier nicht wirklich von vielen Sachen profitieren, oder? Ich kaufe aber trotzdem mal Sachen ein, wo ich halt null im Besitz habe. Vielleicht kann man damit ja später noch was anfangen. So, die Weste... Ja, komm, so eine Weste gebe ich Eisen. Also Eisen kriegt ja eine Weste da. Ich kaufe ja noch so einen Müdigkeitswerber, weil wir davon gar nichts haben. So, wie siehst du denn mit diesen wunderschönen Stiefeln aus? Mit diesen quietschen Stiefeln. Süße Schuhe. What the fuck? Ich habe es sogar davon. Fluoroidstiefel! 27 Stück! Glaube ich, ich treibe sie ein bisschen zu weit. Kann das sein? Aber auch nicht wütig, von was ich profitieren könnte. So, Hauptsache, wir haben von vielen verschiedenen Sachen zehn Stück. Okay, dann, äh, Eisen. Ich würde so dich begrüßen, wenn du dir, äh, diese Amphibolweste da anlegen würdest. Habe ich da noch was anderes? Nein, okay. Zieh es an! Zieh es einfach an! Oder? Kann ich das gerade noch direkt aufwerten von ihm? Moment. Nur auf eine Stufe. Äh. Jetzt verlegen wir mal noch schnell ein paar weitere, äh, Westen hier. Und ihr wisst ganz genau, welche Weste ich meine. Äh, wo sind denn diese Fluoroidwesten da? Oder? Höh! Waren das Schuhe vielleicht? Ah, das sind die Stiefeln. Äh! So. Verkaufe wieder eine fette Ladung an Fluoroidstiefeln, die wir sowieso nicht benutzen werden. Oh, ist das herrlich. So. Problems aufs. Sind eigentlich gewisse Truhen wieder aufgestockt? Ja, Tatsache. Dann ergeben wir mal wieder was Gutes. Oh, wie eine Schleife. Morbius Schleife. Morbius Schleife. Crap. Also dann würde ich mal sagen, unten? Oder einfach den Weg da? Ich gehe einfach unten. Also es gibt doch nicht wirklich viel, was wir verpassen können. Oh, wir kommen langsam unserem Ziel hier näher. Aber Moment, dann sollte die Stelle... Wir sollten bei Velvets altes Gefängnis nachgucken. Ich meine, man hat der Velvet dort festgehalten. Also sollte da die Kraft wahrscheinlich am stärksten sein. Aber ja, wir sollten uns natürlich auch wieder konzentrieren, hier sehr viele Expecies zu sammeln. Oh, und hier kommt die Todesmysticards. Aber okay, ich denke, ich werde wahrscheinlich diese zweite Mysticard der Style einsetzen, wenn ich über 15 Damage mache. Weil anscheinend 10 Acht Treffer eigentlich auch nicht. Aber wenn ich wirklich einen ganzen Haufen besiege, beziehungsweise angreife, sollte das ja eigentlich wieder machbar sein. So, Eisen, bei mir brauchst du aber keine Resurrection einsetzen. Mein Seelenbrecher halb mich schon. Because I'm a good Berserker in this game. Nun würde ich von mir behaupten, wenn ich sehen würde, wo die ganzen Gegner sind, der ist hier wieder schon wieder fucking eng. So, ähm, du bist der Nächste. Die Nächste? Sieht aus wie sie ist, die klingt zumindest weiblich. So. Okay. Und das gibt es noch den Aufessernmodus. Nur noch diese Hexe da, okay. Und weg mit dir. Ja, ich sollte auf jeden Fall, wenn ich die Chance habe, wieder Gegner zusammenzutun, sie auch zusammentun. So, aber ich würde gerne die Türen da vorne nochmal wieder ansehen. Ey, meine Katzinnen sind ja immer noch da. Und, äh, gab es da noch einen Kopf? Ey, Kopf, komm mal her. Ja, 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 so, so. Aber ja, na, also ich, wenn die Insel ja auch an sich ja schon nicht mehr so richtig gut bewacht ist, weil sie ja hardcore umgeben von Blosheit sind, dann besteht doch die Chance eigentlich auch, dass da gar kein Firion hier ersetzt worden ist. Ich meine, äh, wenn, wenn sie sogar Probleme bei diesem Aufstand da hatten, den wir ja selbst angezentelt hatten, dann ist diese Insel auf jeden Fall Erdenpuls frei. Aber es besteht die Gefahr dann nicht trotzdem, weil wir haben ja Kaumona ja dabei, ne? Und die ist ja eigentlich auch ein Firion. Wenn wir sie jetzt in einem anderen Erdenpulspunkt bringen, wo sie eigentlich nicht hingehen sollte, nur um das als Versteck benutzen zu dürfen, ist das da nicht auch gefährlich? Ich verstehe das doch nicht so richtig. Und am Ende kommt dann der Plotwist, dass es dann hier gar keinen Erdenpulspunkt gibt und er wird einfach nur aus einem anderen Grund festgehalten wurde. Das wäre eine alternative Erklärung. Kann ich mir aber ehrlich gesagt gerade nicht wirklich vorstellen. Ach, Eisen, du und deine gefakte Resurrection. Wir wissen ganz genau, dass diese Attacke nicht so aussieht, beziehungsweise Heilung. So, pff, gehen wir mal da lang. Oh, ja, die Tür ist nützlich, solange ich was sehe. Naja, bis auf Gegner gibt es hier aber auch sonst nicht wirklich viel, oder? Ne, dann lassen wir das einfach sein. Lassen wir es einfach sein. Wenn ich an der Tür irgendetwas nehme, missionmäßiges Ziel, gehe ich da hin. Wenn nicht, gehe ich da nicht hin. Die Truhe da hinten hole ich nicht. Ich weiß, dass es eine Bronze-Truhe war. Und sind hier nicht wenigstens zwei Gegner vorhanden? Ne, da macht ja das Leben überhaupt gar keinen Spaß. Einfach weg hier. Und zu guter Letzt da vorne. Gibt es auch nicht wirklich viel abzuholen. Okay. Dann haben wir uns überall umgesehen, wo wir es umsehen konnten. Das bedeutet, wir nehmen jetzt den Weg da links von der Karte aus. Und schauen nach, was es noch so alles zum Einnehmen gibt. Das bedeutet, dass wir uns nicht mehr auf den Karte ausprobieren. Das ist nur das, was ich. Hast du die Schwestern benutzt? Ja, das ist das, was ich. Was hat die Verkaufs gemacht? Ich habe noch nicht gesehen, aber ich habe schon gesehen, dass ich mich verletzt habe. Aber ich habe mich verletzt. Die Oskar hat mir gesagt, aber ich habe mich verletzt, aber ich habe mich verletzt. Wenn ich nicht so, dann hätte ich es gefeiert, dann hätte ich es gefeiert. Wie soll ich das Goma nicht in den Kopf sein? Ja, ja, ja. Ich glaube, dass es nicht so gut ist. Ich glaube, dass es nicht so gut ist. Hm. Ich werde noch ein paar Jahre herstellen. Ich werde das nicht verletzen. Ein Sander... Ich werde mit Goma entfernen und versuche ich die große Goma zu weg. Aizen... Wie kann man ein Sander mit Goma bewerben? Die Sander braucht eher schwer zu werden. Ich habe das große Goma zu verletzen. Ich weiß, dass die Sorge der Sorge ist. Der Grund ist, dass die Sorge der Sorge und der Sorge der Sorge verbaut werden, und die Sorge verbaut werden. Ich denke, dass die Sorge der Sorge nicht mehr, dass es kein Sorge ist. Ja, dass es nicht nur die Sorge ist, als die Sorge und Sorge ist, dass es nur die Sorge ist. Rokuro, ich glaube, dass du dich nicht so an, was ich zu versuchen. Ich habe nicht gedacht, was ich? Nein, ich habe natürlich gedacht. Es ist ein guter Weg, also. Sie sagen, es ist richtig? Ich werde noch nicht mehr überraschend sein. Ich glaube, dass die Vellvette nicht so viele Gäufe sind. Sie sind... Der Vellow sagt, dass es so gut. Ich werde es nicht mehr zurück. Vellvette? Was soll ich machen? Ich habe keine Angst. Wir haben doch noch irgendwie indirekt unseren reinen Herzen da drin, aber trotzdem, na, dieses Ritual, damit habe ich mich null bewahrt, so. Aber wir sind eigentlich gleich da, oder? Ich hatte ja noch nie die Gelegenheit gehabt, da hinten zu gehen. Weil seitdem wir die eine Revolte doch irgendwie gestartet hatten, konnten wir überhaupt nirgendwo mehr hin. Glaube ich zumindest. Egal. Besiegen wir mal ein paar weitere Hexen. Und sammeln noch wichtiges Pieps für ein Level ab ein, denn der kopflose Ritter ist ja immer noch auf freiem Fuß. Und anscheinend habe ich keine Hexen zusammengetan, ich Genie. So, ich will da hin. Oder? Na, Moment, da war ja wirklich unser Gefängnis da hinten. Und dort hatten wir eigentlich gegen Rokure das erste Mal gekämpft. Also was ist da hinten? Du bist da hinten. Du bist.